Im Rahmen der Binomialverteilung werden wir uns in diesem Tutorial anschauen, wie man mit Hilfe des Taschenrechners Aufgaben lösen kann, wo die Anzahl der Treffer k gesucht ist. Bevor wir zu den Beispielaufgaben gehen, will ich euch eine kleine Übersicht über die Problematik geben. Es gibt vier Größen, die eine Binomialverteilung ausmachen. In erster Reihe n, das ist der Stichprobenumfang oder Kettenlänge oder noch einfacher formuliert die Anzahl der Versuche. Dann p, das ist natürlich die Trefferwahrscheinlichkeit für das gesuchte Ereignis. k ist die Anzahl der Treffer und p ist selbstverständlich die Gesamtwahrscheinlichkeit. In diesem Tutorial werden wir uns Aufgaben anschauen, wo k gesucht ist, also die Anzahl der Treffer. Und wenn k gesucht ist, dann müssen die anderen drei Größen, also n, p und p, selbstverständlich gegeben sein. Und schon sind wir bei unserer ersten Beispielaufgabe. Ich werde kurz vorlesen. Bei einem Multiple-Choice-Test mit 30 Fragen ist nur eine von drei Antworten richtig. Bestimme die Anzahl der richtigen Antworten, ab der der Test bestanden ist, damit jemand, der nur zufällig ankreuzt, mit höchstens 15% Wahrscheinlichkeit den Test besteht. Wenn das zu schnell ging, wovon ich rausgehe, dann bitte auf Pause drücken, in Ruhe 1-2 Mal die Aufgabenstellung lesen und versuchen, die wichtigsten Sachen rauszufiltern. Ich gehe jetzt davon aus, dass jeder die Aufgabenstellung gelesen und verstanden hat. Deshalb legen wir jetzt los. Wie bereits erwähnt, es gibt vier Größen, die eine Binomialverteilung festlegen. Dieses klein n, dann klein p, die Trefferwahrscheinlichkeit, k, Anzahl der Treffer und groß p, die Gesamtwahrscheinlichkeit. Und diese Sachen versuchen wir jetzt einfach aus der Aufgabenstellung rauszufiltern. Für den Anfang, wir haben 30 Fragen. Diese 30 Fragen sind natürlich unser n. Dann, nur eine von drei Antworten sind richtig. Das würde die Wahrscheinlichkeit, eine Frage richtig zu beantworten, liegt bei einem Drittel. Und wir suchen die Anzahl der richtigen Antworten. Also, wir suchen k. So, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man im Test besteht, höchstens 15% beträgt. Also, Groß p muss höchstens 15%, also kleiner gleich 0,15 sein. Gut, mit Hilfe von k und Groß p kann man seinen Lösungsansatz bilden. Und er lautet p von x. Und jetzt, das steht ja ab, der der Test bestanden ist. Dieses ab, das bedeutet, die Mindestanzahl ist gesucht. Deshalb größer gleich k. Und diese Gesamtwahrscheinlichkeit soll wieder höchstens 0,15. Das ist unser Ansatz. Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist, dass wir diesen Ansatz so umformen, dass der Taschenrechner es versteht. Der Taschenrechner kann ja nur höchstens ausrechnen oder die kumulierte Wahrscheinlichkeit. Aus diesem Grund werden wir hier das Gegenereignis von dieser Wahrscheinlichkeit bilden. Das ist 1 minus p von x kleiner gleich k minus 1, kleiner gleich 0,15. Und jetzt formen wir so um, dass dieses p alleine auf einer Seite steht. Eine Möglichkeit wäre hier an dieser Stelle einmal minus 1 zu machen. Und dann haben wir minus p von x kleiner gleich k minus 1 ist kleiner gleich minus 0,85. Und dann die ganze Ungleichung mal oder geteilt durch minus 1. Und dann haben wir p von x kleiner gleich k minus 1. Und jetzt ein bisschen aufpassen. Wenn man eine Ungleichung, eine negative Zahl teilt oder multipliziert, ändert sich immer oder dreht sich immer das Ungleichzeichen um. Deshalb ist es hier größer gleich 0,85. Das einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist, diesen Befehl mit Hilfe einer Wertetabelle auszuwerten. Das bedeutet, durch ein bisschen rumprobieren, es passt der Wert für k minus 1 zu bestimmen. Die Wertetabelle könnte wie folgt aussehen. Die ist natürlich Pflicht. Ihr müsst das irgendwie dokumentieren, damit auch diejenigen, die das korrigieren, nachvollziehen können, woher das Ganze kommt. Also, wir suchen k minus 1. Natürlich ursprünglich k, aber anhand unserer Umformung werden wir zuerst mit Hilfe des Taschenrechners das k minus 1 rausbekommen. Und unser Ansatz lautet p von x kleiner gleich k minus 1 soll mindestens 85 Prozent sein. Anhand des Taschenrechners, was ihr benutzt, z.B. wenn ihr einen Casio-Taschenrechner habt, bei dem neueren Casio-Taschenrechner heißt das Befehl kumulierte Binomialverteilung oder bei einem Texas-Taschenrechner heißt das passende Befehl dazu Binomial-CDF oder Binom-CDF manchmal, müsst ihr praktisch jetzt ein bisschen in das passende Menü rumprobieren, bis ihr den richtigen Wert drauf habt. Natürlich könnte man jede Zahl jetzt zwischen 0 und 30 zum Anfang nehmen, aber es macht keinen Sinn, dass wir sehr nah bei 0 oder sehr nah bei 30 was suchen. Deshalb, mittig ist immer ein bisschen besser. Ich habe jetzt zuerst mit 10 probiert und da habe ich gemerkt, okay, ich bin noch weit entfernt von dieser 85 Prozent. Dann haben wir mich langsam gesteigert und in der Wertetabelle bei 12 habe ich ein Ergebnis von 0,8339 gehabt. Das war schon relativ nah an die 85 Prozent, aber nicht drüber. Und unsere Wahrscheinlichkeit soll mindestens 85 Prozent sein. Deshalb habe ich nochmal die 13 genommen und bei 13 waren es 0,9102. Also, das ist der erste Wert, für den die Wahrscheinlichkeit über 85 Prozent liegt. Und das bedeutet, das ist sozusagen unser Zwischenergebnis. Zwischenergebnis, weil wir eigentlich nicht k-1 suchen, sondern k. Deshalb können wir an dieser Stelle sagen, k-1 soll 13 sein. Formen wir noch minimal um und somit kriegen wir für k 14. Also, als Antwort könnten wir sagen, mindestens 14 Fragen müssen richtig beantwortet werden. Und noch eine Aufgabe. Sam behauptet, dass er einen Würfel so werfen kann, dass er sehr häufig die Augenzahl 6 zeigt. Lenny glaubt ihm nicht und lässt ihn daher 20 Mal würfeln. Wie viele Male muss Sam dabei mindestens eine 6 würfeln, damit die Wahrscheinlichkeit, dass dies zufällig geschieht, kleiner als 10 Prozent ist. Natürlich empfehle ich wieder an dieser Stelle, auf Pause zu drücken, in aller Ruhe die Aufgabenstellung durchzulesen und versuchen, sie zu verstehen. Wenn ihr das Gefühl habt, nach der ersten Aufgabe, dass ihr das Thema verstanden habt, könnt ihr ruhig versuchen, auch selbst die Aufgabe zu lösen und dann mit meinem Lösungsweg zu vergleichen. Und jetzt versuchen wir wieder, die wichtigsten Informationen aus dieser Aufgabenstellung rauszufiltern. Also, wir schreiben wieder die vier Parameter raus, also n, klein p, k und groß p, dann anhand der Aufgabenstellung. Es geht darum, dass die Augenzahl 6 auftaucht beim Würfeln. Das bedeutet, die Trefferwahrscheinlichkeit für eine 6 ist natürlich 1 Sechstel. Dann muss er mir jetzt 20 mal würfeln. Das bedeutet, n ist 20. Wie viele Male, also Anzahl der Treffer ist gesucht, ist ja klar, k ist gesucht. Und die Gesamtwahrscheinlichkeit soll geringer sein oder kleiner als 10 Prozent. Das wäre Groß-P, kleiner 0,1 oder 10 Prozent. Mit k und Groß-P bilden wir wieder unser Lösungsansatz. Also, Groß-P von x steht wieder mindestens größer gleich k. Sind dann kleiner als 0,1. Und genauso wie der Aufgabe davor, muss man an dieser Stelle erstmal ein bisschen umformen über den Gegenreignis. Also, 1 minus P von x kleiner gleich k minus 1 soll kleiner 0,1 sein. Dann wieder rumschieben. also minus 1 und dann haben wir minus P x kleiner gleich k minus 1 sind kleiner als minus 0,9. Und das Ganze mal minus 1. Dann lautet P kleiner gleich k minus 1 muss größer sein wegen der Ungleichzeichnung durch Vindikation mit negativer Zahl umdrehen. 0,9. Und was wir an dieser Stelle noch brauchen ist natürlich diese Übersichtstabelle. Die können wir dann wieder wie folgt aufbauen. Wir haben links dann erneut k minus 1 stehen, was sich durch die Umformung hier ergeben hat. Und auf der rechten Seite schreibe ich nur diesen Ansatz ab. P von x kleiner gleich k minus 1 soll größer 0,9 sein. Und die Taschenrechnerbefehle sind die gleichen wie bei der Aufgabe davor. Abhängig von den Taschenrechnern bitte das richtige Befehl auswählen. Jetzt habe ich wieder mit ein paar Zahlen rumprobiert. Wir haben zur Verfügung Zahlen zwischen 0 und 20. Ich habe jetzt erstmal bei 4 angefangen. 4 war 4 zu niedrig für das, was wir gebraucht haben. Deshalb bin ich weitergegangen. Bei 5 hatte ich dann 0,8981. Das war schon sehr nah dran an die 0,9. Und bei 6 hatte ich 0,9628. Und das ist die erste Trefferzahl, für die die Wahrscheinlichkeit über 90% liegt. Deshalb lautet unser Zwischenergebnis für k minus 1 6. Damit haben wir k minus 1 sind gleich 6. Machen dann einfach plus 1 und k ist gleich 7. Also anhand der Aufgabenstellung müsste Sam mindestens 7 mal eine 6 würfeln, damit seine Aussage bestätigt wird. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Es ist völlig egal, welche Art von Taschenrechner ihr besitzt. Der Lösungsweg ist immer gleich. Lediglich das Eintippen der Befehle in den Taschenrechner unterscheidet sich. Dann das Wichtigste ist natürlich das Verstehen der Aufgabenstellung. Sonst könnt ihr nicht die richtigen Ansätze bilden. Und es gibt natürlich noch zwei andere Fälle, wo N oder P gesucht sind. Natürlich macht es in diesem Zusammenhang Sinn, wenn ihr euch auch diese Tutorials anschaut. Ihr findet alles im Abspann.